estv videos aus der region also mein name ist Ivan Franjes und das ist mein Bruder Soran Franjes wir haben eine kleine Werkstatt in Führerstadt Blattnacht und restaurieren Oldtimer unsere Leidenschaft sind Oldtimer und sammeln viel, behalten viel, verkaufen noch einiges also alles querbeet also wir sind ins Fernsehen gekommen durch eine Kundin von uns da ihre Freundin hat eine Werkstatt gesucht und dann ist sie auf uns drauf gekommen und danach ging es mit DEMAX weiter und mit der Firma Blueprint also mein Bruder sein Lieblingsauto ist ein 123er oder sein 126er 500er bei mir ist auch 126er Renault 5 und Renault 4 auf dem Video auf dem Video auf dem Video